Erste After-Baby-Body-Pick, Kylia Jena im hautengen Outfit Das Versteckspiel hat ein Ende. Kylia Jena, 20, zog sich während ihrer Schwangerschaft völlig aus der Öffentlichkeit zurück Niemand sollte Bilder von ihr mit Barbie-Kugel erhaschen Doch jetzt, nur zehn Tage nach der Geburt ihrer Tochter Stommi Webster, posierte Reality-TV-Star sichtlich im Reinen mit sich selbst wieder vor den Paparazzis, dabei zeigt die Beauty auch stolz der Welt ihren After-Baby-Body. Am Samstag wurde die Unternehmerin in Calabasas gesichtet, wie TMZ berichtete Die Influencerin zeigte sich stühlisch in knappe schwarze Leggings und eine weite weiße Jacke gekleidet. Obwohl die neue Mami vor ihren Bauch gekonnt eine dunkle kleine Tasche platzierte, lässt sich eines erahnen, von übrig gebliebenen Schwangerschaftskilos ist bei der Freundin von Travis Scott wirklich nicht mehr viel zu sehen – sie hat schon fast wieder ihre alte Form zurück. Wenige Wochen vor Ankunft soll einen schlanken Body kurz nach der Niederkunft noch in weiter Ferne gesehen haben. Wie ein Insider Anfang Januar verriet, soll der Kardashian jener Spross nämlich in der Schwangerschaft 30 Kilo zugenommen haben und sich schrecklich übergewichtig gefunden haben. Willkommen in der Zwischenzeit Gäste